Die Aktien fallen und fallen, die Kryptowährungen verlieren mehr als 50% an Wert und auch der S&P 500, der als unantastbar gilt und in den letzten Jahrzehnten zuvor immer gute Renditen eingefahren hat, steht in diesem Jahr schon bei minus 20% und eine Rezension scheint tatsächlich auch in sich zu sein. Jetzt hat auch noch die FED die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben. Dies wurde am Mittwoch endgültig von der FED beschlossen, dass eben die Zinsen angehoben werden. Auf der einen Seite ist es ein gutes Signal, um gegen die starke Inflation ein Zeichen zu setzen und wir können tatsächlich froh sein, dass die Anhebung nicht niedriger aussieht. Dies hätte an den Märkten für deutlich falsche Signale gesorgt. Aber dies sind natürlich nicht die einzigen Sorgen. Auch die anhaltenden Unsicherheiten beim Krieg in der Ukraine und die starke Inflation sind weiterhin ein echt schwieriges Thema, was sich natürlich auch am Aktienmarkt bemerkbar macht. Die Unsicherheit ist also weiterhin enorm. Was das für uns private Investoren bedeutet und wie wir am besten mit der Situation umgehen, erfahrt ihr im heutigen Video. Kurzer Disclaimer am Anfang, es ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es handelt sich hier nur um meine eigene Meinung, die auf Research und meiner vergangenen Erfahrung beruht. Aber lasst uns direkt mal mit dem Video starten. Und damit erstmal herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Die guten Zeiten an den Aktienmärkten scheinen wohl vorbei zu sein und uns stehen harte Zeiten bevor. Doch was wir uns natürlich am meisten dabei fragen, wie tief fällt der Markt noch, ist es nur eine temporäre Situation, ist alles in ein paar Monaten wieder beim Alten oder rasen wir geradewegs in eine Rezession. Was mir zumindest bisher stark auf Instagram und YouTube aufgefallen ist, es gibt zu diesem Thema genau zwei Lager. Die einen, die sagen, perfekte Situation zum Nachkaufen, gar kein Problem, wenn es weiterfällt und ich kaufe einfach noch weiter nach und ich mache mir hier gar keine Sorgen. Dies ist eine Chance, wie wir sie seit 100 Jahren nicht gesehen haben. Und dann gibt es noch das andere Lager, was so oder so schon seit Jahren sagt, dass es einen Crash gibt und jetzt natürlich jubelnd behauptet, sie haben schon immer recht gehabt. Doch so ganz einfach ist das Ganze natürlich nicht. Wer nämlich zum einen immer einfach stumpf bei jedem kleinen Kurssturz nachkauft, sollte mittlerweile kein Geld mehr haben und ordentlich im Minus sein. Und wer auf der anderen Seite natürlich immer von einem Crash redet und seine Anteile schon lange liquidiert hat, hat nicht nur die Rally der letzten Jahre verpasst, sondern wird auch natürlich die Gegenbewegungen nicht mitnehmen können, denn den Boden kann niemand so wirklich vorhersagen. Falls ihr aber nicht zu einem der beiden Lagern gehört und bei euren Investmententscheidungen auch viel darüber nachdenkt und nicht nur der breiten Masse hinterherlauft, sollte dieses Video auch ein wenig Abhilfe schaffen, wie man hier am besten vorgehen kann. Ich habe drei Tipps mitgebracht, die ihr in der aktuellen Zeit berücksichtigen solltet. Der erste Tipp ist, kaufe solide Unternehmen mit hohen Cashreserven und langer Historie. Coca-Cola, Unilever, Apple, Microsoft oder eine Allianz, um nur ein paar zu nennen. All die Unternehmen haben eine starke Marktpräsenz und haben schon viele Crashes und Krisenzeiten überstanden. Bei diesen wird es am wahrscheinlichsten sein, dass sie auch noch in 20 oder 30 Jahren existieren. Auch können diese Unternehmen mit ihrer starken Cashreserve andere ins Wanken gekommene Unternehmen aufkaufen oder eben ihre Marktpräsenz in Krisenzeiten noch weiter ausbauen. Der zweite Tipp ist, kaufe in überlegten Tranchen. Das Thema kaufe in Tranchen sollte jedem ein Begriff sein, also lieber häufiger in kleinen Tranchen kaufen, als einmal alles investieren. Ich denke, dieser Punkt sollte klar sein. Aber was meine ich mit überlegten Tranchen? Naja, in Tranchen kaufen kann jeder. Aber überlegt in Tranchen kaufen machen eben die wenigsten. Ihr solltet hier vorher einfach eure Hausaufgaben machen und einigermaßen einschätzen, wie lange der Markt noch fallen könnte. Ich zum Beispiel habe in den letzten sechs Monaten nur eine einzige Tranche gekauft und das war Vonovia, also ein solides Immobilienunternehmen. Auch diese Position ist jetzt schon leicht im Minus, aber ich fühle mich hiermit sicher. Meine nächste Tranche wird auch erst in ein paar Monaten gekauft. Bedeutet einfach, meine Abstände zwischen den Tranchen sind eher groß, weil ich eben nicht von einer sehr schnellen Erholung ausgehe. Auch meine Cashquote ist bei mehr als 60%. Damit bin ich gut aufgestellt, auch wenn es für den einen oder anderen deutlich zu hoch ist. Ich habe einfach etwas länger nicht investiert, sondern eben abgewartet. Auch das kann in vielen Situationen extrem hilfreich sein. Es wäre einfach irrational, mit einer Aussicht auf schnelle Kursgewinne direkt zu investieren. Das ist für mich aktuell ein No-Go, auch wenn es an manchen Tagen starke Gegenbewegungen gibt. Der dritte und letzte Tipp ist, fühl dich sicher mit deinem Depot, auch in Krisenzeiten. Ich weiß, das hört sich jetzt nach einem eher langweiligen Tipp an, aber wenn du aktuell nicht mehr schlafen kannst, weil dein Depot jeden Tag extrem fällt, dann solltest du vielleicht deine Strategie überdenken. In einem Bullenmarkt Geld verdienen kann jeder. Die Kunst ist es eher, das Geld zu behalten, auch wenn der Aktienmarkt crasht. Und genau so sollte man vorgehen. Wenn du Tech-Aktien im Depot hast, von denen du total überzeugt bist und wo dir die Kursverluste nichts ausmachen, alles okay, dann passt natürlich auch die Strategie zu dir. Aber es gibt genug Personen, die mit Aussicht auf hohe Gewinne irgendwelche hochüberschuldeten Wachstumsaktien kaufen, nur weil sie denken, damit verdient man schnell Geld. Dies funktioniert leider nicht. Ich zum Beispiel habe seit etlichen Jahren ein Rohstoff-ETF in meinem Depot liegen. Dieser hat die letzten zwei Jahre weniger Rendite gemacht, aber er diente eben nur als reine Absicherung. Jetzt aktuell ist dieser ETF bei mir in diesem Jahr um knapp 140% angestiegen, wodurch mein Portfolio eben nicht so viel Rendite verloren hat, weil es von dem ETF aufgefangen wurde. Also macht euch hier an der Stelle auf jeden Fall Gedanken darüber, ob ihr auch solche Anker oder Absicherungen im Depot habt. So, das soll es auch schon mit den drei Tipps gewesen sein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich bin gespannt, wie ihr die aktuelle Lage einschätzt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, erfolgreiches Investieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.